Hi Leute, bevor es mit dem Video losgeht, kurz zwei, drei Worte zu den Geschehnissen in Russland und in der Ukraine. Ich versuche natürlich immer gesellschaftspolitische Themen, soweit es geht, von Twitch und YouTube fernzuhalten, weil es für die meisten von uns eine Art Rückzugsort abseits der Realität, abseits des Alltags ist. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass uns das alle betrifft, weil wir zum einen Menschen sind und humanitär sowie solidarisch denken und handeln sollten und weil wir zum anderen ein Panzerspiel gerne zocken, welches aus Belarus kommt. Mich betrifft das dann glaube ich noch ein bisschen mehr, weil ich genau damit meine Brötchen verdiene. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass man da schnell in eine Art Zwiespalt gerät. Auf der einen Seite möchte man gerne zocken und vielleicht auch Content dazu machen und damit seine Familie ernähren. Auf der anderen Seite sind da aber gerade tausende Zivilisten auf der Flucht vor realen Panzern. Also ein bisschen komisch ist das schon. Ich bekomme jetzt gerade in der letzten Zeit öfter die Frage, wie ich es denn vertreten kann, in dieser Zeit ein weißrussisches Panzerspiel zu spielen, weil es halt auch gewissermaßen den Krieg mitfinanziert. Was Putin, der kleine Diktator, da abzieht, das kann man nicht vertreten, das kann man nicht verteidigen. Das ist Krieg und das ist Verbrechen an der Menschheit. Punkt. Keine Diskussion. Videospiele hingegen ist eine andere Story. Virtuell und Realität, das muss man trennen. Das ist für viele hier von uns schon eine ganz alte Geschichte. Wer das noch nicht verstanden hat, der ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. So viel dazu. Den Krieg mitfinanzieren? Naja, ich meine, zum einen nimmt ja Belarus nicht jetzt aktiv an dem Krieg teil oder vertritt jetzt nicht die Interessen Russlands. Man duldet das mehr oder weniger. Ich meine, was wollen sie auch groß tun? Und andererseits sitzt Wargaming ja auch steuerrechtlich nicht in Belarus, sondern auf Zypern. Also inwieweit da Geld irgendwie in den Krieg mit reinfließt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber wie dem auch sei, ich wollte euch eigentlich einfach nur mitteilen, dass mich die ganze Sache ziemlich betroffen macht. Content Creator wie Ioxin oder auch andere russische Content Creator, die in der Ukraine, insbesondere in Kiew und Charkov wohnen, sind jetzt schon seit geraumer Zeit auf der Flucht. Ich hoffe, dass die Jungs irgendwo sicher unterkommen. Letztendlich möchte ich noch meiner Tätigkeit als Influencer nachkommen und euch mal influencen. Ich denke, man sollte das alles behutsam aus der Ferne betrachten, durchaus besorgt betrachten. Aber ich bitte euch, auf keine Gerüchte, auf keine Schlagzeilen groß aufzuspringen. Informiert euch anständig und lest lieber doppelt, bevor ihr da irgendwas rumposaunt. Austausch über die ganzen Geschehnisse ist wichtig und ist auch richtig. Aber ich bitte euch hier auf Twitch und YouTube, so gut es geht, von so gesellschaftspolitischen Diskussionen Abstand zu nehmen. Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu Mailand's Dirty im E-50M. Nun, es tut mir leid, falls ich in diesem Video etwas voreingenommen an den Panzer rangehe und den Panzer durch meine rosa-rote Brille betrachte, denn ich bin zugegebenermaßen seit jeher ein riesen E-50M Fanboy. Was ich mir an dem Panzer am meisten schätze, ist die Flexibilität. Egal welche Lebenslage, egal welche Entfernung, egal welcher Gegner, E-50M hat eigentlich immer ein Mittel, um die Situation irgendwie zu bewältigen. Als größte Stärke des Panzers muss man eigentlich seine Feuerkraft, seine Kanone hervorheben. Mit das beste Gunhandling, was World of Tanks zu bieten hat, mit dem besten Durchschlag und das gepaart mit der besten Genauigkeit, ist einfach ein absolut geiles Gesamtpaket. Ich bin jemand, der setzt sehr viel Wert auf eine genaue Kanone, auf eine Kanone mit gutem Gunhandling, die es erlaubt, Schüsse schnell und vor allem zuverlässig abzugeben und genau in dieses Raster passt der E-50M perfekt mit rein. Aber eine Kanone allein macht ja nicht einen Panzer, der gehört noch einiges mehr dazu. Der E-50M ist der größte und der schwerste Tier-10-Medium, aber bei weitem nicht der langsamste. Ich würde den E-50M eher zu den mobileren Tier-10-Mediums zählen, sprich man kann gerade am Anfang der Runden relativ offensive Positionen einnehmen, um von da das Gefecht zu gestalten, insofern natürlich das Team mitspielt. Dazu kommt noch, dass der E-50M ein bisschen Panzerung anzubieten hat, aber da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich denke, für viele Spieler, die mit dem E-50M nicht klarkommen, ist genau das der Knackpunkt. Sie erwarten von der Panzerung etwas zu viel. Es ist kein E-75, das ist kein E-100, das ist auch kein Objekt 260 oder kein Objekt 277. Es ist immer noch ein Medium, der eher Medium ist als Heavy. Man hat zwar ein bisschen Seitenpanzerung, man hat eine ziemlich gute Oberwarnpanzerung, aber die Turmfront, der Turm im Allgemeinen, die Unterwarnen sind so dünn gepanzert, dass man da nichts groß wird abrallen lassen können. Das heißt, die Panzerung gilt es sehr behutsam und sehr mit Bedacht einzusetzen. Das diktiert auch gewissermaßen die Spielweise oder die Spielentfernung mit dem E-50M. Man möchte nicht immer im absoluten Nahkampf mit dem E-50M spielen, weil da ist es relativ einfach für die Gegner mit ihren unpräzisen Heavy-Kanonen irgendwie Turmpanzerung oder schwache Unterwanne zu treffen. Man möchte sich manchmal eher auf mittlere oder sogar weite Entfernung aufhalten, um halt diese gute Genauigkeit zu nutzen und die gegnerischen Weakspots zu snipen, aber es für die Gegner halt nicht ganz so einfach zu machen. Angesichts der heutigen Meta mit vielen verwinkelten Startkarten und natürlich sehr viel Panzerung, die unterwegs ist, ist es manchmal halt einfach unvermeidbar, im Nahkampf kämpfen zu müssen. Hier sind meine Tipps, um das Beste aus der E-50M-Panzerung rauszuholen. Falls euch ein Gegner direkt gegenüber schießt und versucht, euch jetzt zu beschießen oder euch aktiv anvisiert, versucht hin und her zu eiern. Egal ob ihr rückwärts oder vorwärts fährt, immer abwechselnd rechts-links lenken und versuchen mit den breiten Ketten einen Schuss zu tanken. Gleiches gilt auch für den Turm. Die Kanonenblende ist eigentlich so gut wie undurchschlagbar und wenn dann jetzt zusätzlich zu dieser Warnbewegung noch eine Turmbewegung mit dazu bringt, ist es für die Gegner manchmal gar nicht so einfach, diese Turmplatten links und rechts neben der Kanonenblende zu treffen. Seht die Panzerung beim E-50M nicht als Lebensversicherung, sondern als netten Bonus. Sprich, im 9er und 10er Match gilt es, die Panzerung sehr behutsam einzusetzen, sehr vorsichtig damit zu sein. In 8er Matches hingegen könnte er der absolute Babbo sein und wie so eine Art Tiger II Sidescrapen bis zum Gehtnichtmehr und einfach alles in Grund und Boden stampfen. Ich bekomme relativ häufig die Frage gestellt, E-50M oder Leopard 1, welcher Panzer eignet sich denn in der aktuellen Meta besser? Und ganz ehrlich, die Antwort fällt mir nicht leicht. Man kann natürlich nun sagen, wenn die E-50M-Panzerung so schlecht ist, dass man sie kaum einsetzen kann, warum dann überhaupt dieses extra bisschen an Panzerung rumschleppen? Warum nicht gleich den Ansatz des Leo verfolgen mit noch besserer Feuerkraft und noch besserer Mobilität? Fair Point! Da ist was dran. Jeder, der die extra Mobilität und die extra Feuerkraft des Leopard 1 tatsächlich ausnutzen kann, wird damit wahrscheinlich bessere Ergebnisse einfahren können. Jedem, dem das aber halt nicht so einfach gelingt, der wird wahrscheinlich mit dem E-50M etwas eher klarkommen, weil er halt die wesentlich bessere Überlebensfähigkeit gegenüber dem Leopard 1 bietet. Ihr habt mich gebeten, die Stats der Session noch mit einzublenden. Ihr habt ihr sie. 25 Gefechte, davon 80% gewonnen, mit einem Durchschnittsschaden von 5.315 und einem maximalen Schaden von 9.600. Kommen wir noch kurz zu den Feldmodifikationen. Ich glaube, die meisten sind aber tatsächlich selbsterklärend. Ich habe etwas Gunnenling geopfert für bessere Genauigkeit, um den Einfluss des Würfels so gering wie möglich zu halten. Beim Equipment habe ich zwei verschiedene Setups mitgeführt. Das Hauptsetup war das mit der Bond-Lüftung für wirklich maximale Feuerkraft, maximale Kampffähigkeit und das alternative Setup, was ich im Nahkampf auf eng Startkarten benutzt habe, mit einer Härtung, um etwas mehr HP mit dabei zu haben. Soweit meine Tipps und Tricks zum E-50M bezüglich Gameplay und Ausrüstung des Panzers. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt hier nicht viel erzählen kann. Mir fällt es, wie gesagt, ziemlich schwer, meine Spielweise da rational runterzubrechen und in einer Anleitung für euch zu formulieren. Ich hoffe, dass ihr euch vielleicht aus dem Gameplay hier und da ein bisschen was abschauen könnt. Kurzes abschließendes Fazit zum E-50M in der aktuellen Meta. Ich denke, wovon er sehr profitiert, ist diese absolut geile Kanone. Sehr zuverlässig, jemand mit gutem Aim und jemand, der nicht davor zurückschreckt, auch mal hier und da ein bisschen Heat zu spammen. Wird mit der Kanone sehr viel Spaß haben. Wie gesagt, egal welche Entfernung, der E-50M oder die Kanone kann eigentlich immer glänzen. Die DPM, lasst euch davon nicht abschrecken, die ist nicht wirklich entscheidend, weil die tatsächliche DPM ist auch fast die theoretische DPM. Das heißt, so gut wie jeder Schuss wird sitzen, was nicht viele Panzer von sich behaupten können. Wo der E-50M definitiv an seine Grenzen kommt, sind so Hulldown-Nahkampf-Szenarien gegen irgendwelche Hulldown-Russen-Heavies oder selbst gegen Panzer wie den STB oder M48. Wenn ihr seht, dass die Gegner da gut stehen, versucht, diese Gegner einfach zu meiden, versucht, irgendwo anders zu kämpfen oder die irgendwie aus der Deckung rauszulocken. Da groß versuchen, auf Krampf zu sidescrapen und auf Teufel komm raus, da irgendwie die Panzerung zu nutzen, ich glaube, damit werdet ihr auf dem E-50M nicht erfolgreich fahren. An alle, die sich jetzt im Laufe dieses Videos die Frage stellen, sollte ich denn den E-50M grinden? Ich sage euch, ja, solltet ihr, weil zum einen ist dieser Grind extrem geil mit mittlerweile einem ziemlich guten Panther 2, mit einem traumhaften E-50 auf Stufe 9 und selbst die Low-Tier-Panzer Stufe 6 und Stufe 7 müssen sich wirklich nicht verstecken. Zum anderen bietet der E-50M auf Stufe 10 ein ausgewogenes Gesamtpaket, was eigentlich in den meisten Spielsituationen eine ziemlich gute Plattform bietet. Dazu kommt noch diese äußerst belohnende Kanone, die wirklich die meisten Schüsse trifft. Man fühlt sich also in dem Panzer relativ wenig vom Spiel verarscht. Soweit zumindest meine Erfahrung mit dem CC-IG auf dem Panzer. Genug, genug gelabert. Lasst mir gerne eure Meinung zum E-50M in den Kommentaren da. Nächste Woche gibt es den Brogetto. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Curry auf Empires Border mit einer spannenden 1 gegen 4 Situation. Das war schon wieder, da springt der genau da drunter, wenn ich abdrücke. Why? Oh. Machst du ganz ruhig, ne? WBR springt da einfach mal rüber, so was kann. Am XL jetzt wieder da, ich weiß, ich weiß, ich weiß. TDS cover'n aber. Lass meinen Platoon-Mate in Ruhe! Sein Platoon-Mate fährt nicht zurück. Er tankt hier ja sogar für ihn. Korrektes Teamplay von euch, Jungs, wirklich sehr korrekt. Sehr vorbildlich. Können die TDS reinschießen an der Ecke? Können sie noch. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Vielleicht nicht ganz. Gleich mal in die Mitte reinlunschen. Gucken, was hier los ist. Steht wahrscheinlich gleich ein bisschen was vor mir hier. Schlecht geheimt. Ich glaube, ich sollte jetzt zurückfahren. Obwohl ich sehe schon, wenn ich jetzt zurückfahre, verlieren wir das dann gleich. Aber B-Stift muss jetzt mal jemand anders machen. Schönes Ding. Gut gemacht. Gut intuiert, Kappa. Ah, die Runde hat Potenzial, Leute. Hm, passt. Fast den Gegner getroffen. Ich bin bloß nicht so sicher, ob wir dem Badgett da den Base-Dev allein anvertrauen können. Merkt ihr, warum lebt eine E4 noch? Gut. Oh, ein E4-DM ist da. Oh. Warte. Okay. Äh, ich würde eigentlich da unten jetzt sehr gern mitspielen gehen. Was hat denn der S-Kong noch? Ein bisschen was. Ich weiß, das ist nett. Ja, okay. Nee, der ist noch fast voll. Dann können wir, glaube ich, da runterfahren, oder? Scheiße, ich muss zurück. Macht sonst niemand. Oh, das wird knapp. Jetzt muss ich zurück, ja. Oh, wie wir alles verlieren auf einmal. Joi. Die rennen jetzt alle wieder weg, oder wie? Nee, die cappen jetzt. 1-4-D wird wahrscheinlich auch gleich dort sein. Aber okay, sollten wir hinkriegen. 1-4-D ist One-Shot. Die Lights sind auch low HP. Okay. Bleib hinten, Mantico. Bleib hinten, bitte, mein Bester. Okay, wer hat mich wie gespottet? Ich weiß es nicht. Jetzt versuche ich, den Manti zu holen, oder? Es lohnt sich halt jetzt hier nicht hinterher zu fahren. Lohnt sich einfach nicht. Stehen zwei One-Shots. Und Vodhi ist sogar ein bisschen in die Mitte hintergefahren. Okay. So viel HP noch hier drin. Oh, jetzt klippt er die TDs, der Light. Scheiße, Mann. Na, Mann. Die sind beide One-Shot auf einmal. Oh. Der F5 hat noch voller HP von der Minute. Dann gehen wir die mal klären, da. Die müssen die schnell klären, bevor die Gegner da hochkommen, denke ich. Nicht dein Ernst-Spiel. Feierabend. Es kommt schon auf dem Weg. Der Manti musste einfach nur sitzen und scouten. Manti, hast du noch einen Schuss? Der V wird aus dieser Richtung kommen, ne? Mantico hat ihn längst aufgedeckt sonst. Ich kann ja, glaube ich, einfach nur abwarten und hoffen, ne? Wenn ich da vorne hinfahre, bin ich nicht artig safe. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich warte hier und hoffe. Mit 420 HP muss ich das eigentlich gewinnen, das Gefecht. Ich bin nicht. Me dice. Also, ich bin nicht aufger�end. Ich bin nicht auf goes aplic. Mensch, ich bin nicht mir wichtig. Ich bin nicht aufgeräxed. Ich bin nicht aufgeräxed. Flicker the wrist! Aaaaah! Ich werd da nicht rausbiegen. Ich soll da eh laden, ne? Jawohl. Lohnt nicht. Ist ein 3-Shot. Ich werde sehr langsamer jetzt auf meinen Kopf gehen. Ich werde mit ihr zu Hause gehen. Ich werde hier zu Hause gehen. Ich werde diese Fl controles durch. Sie werden sehen, ob ich Làm den Halt und ich schließe. Und ich werde das Schüttelt. Das ist natürlich jetzt ja... awkward. Sonne geht weg. Ganz gut in die Luft. Uff. Die andere Artie ist nicht da hinten. Die hätte mich längst beschossen. Die andere Artie ist irgendwo anders unterwegs. Logischerweise. Ich spiele safe, aber die eigene Basis. Weil das 261, das treibt irgendwas im Schilder. Ich versuche eine HE. Ich mit HE nicht one-shotte. Könnte ich sie mit einer APCR finishen? Nee, ich mache es anders. Ich muss die Mitte anzupeken. Hat er die... Hat er nicht, ne? Ganz genau. Hat er nämlich nicht die Gun-Depression. Boah, das war schon wieder too close to comfort hier. For comfort. So, jetzt geht es den GWE auszugraben. Wie fährt man hier besser ran? Ich weiß es nicht. Ich check kurz die Mitte und dann fahre ich andersrum. Ich glaube hier ist zu offen, ne? Oder zu... Da kann er hinter einer Ecke lauern und gut ist. Aber hier drüben kann ich glaube ich gut Büsche und so nutzen. Ich weiß es nicht. Artis als One-Shot bekämpfen ist immer eklig. Wirklich immer eklig. Ein richtig smartes wartet er hier irgendwo in den Gebüschen. Ich würde definitiv cappen. Ja, der GWE bewacht den Cap. Der steht dort in der Nähe. Komm. Legen Bäume, ne? Oder ein Baum im Cap. H6 pinkt der eine, Dude. Ich kann nicht cappen. Es war an diesem Moment, dass er wusste, dass er mich verbrannt hat. Er stand gut, ne? Er hatte mich geproxied hinter sich. Und war hier eingeämmt. Boah. Uff. Ah. Dammit, Alter. Okay. Der musste nochmal richtig reingeschützt werden hier zum Abschluss. Aber richtig. Oh. Ey, aber was ein würdiger Abschluss für den E50M, oder? Das einfach beste Tank, wo gibt er. 9k Damage. Schön gemacht. Er hat in solchen Runden, ne? Da bin selbst ich noch ein bisschen aufgeregt. Nach 90.000 gefechten World of Tanks. Und zehn Jahren in dem Game. Und zehn Jahren in dem Game. Vielen Dank.